Hey, heute haben wir ein richtig geiles Futter noch gehabt, ehrlich gesagt. Geile. Also heute war auf jeden Fall der letzte Messe Tag. Ich muss jetzt den Gutmensch wiederfinden. Ich hoffe, den findet man jetzt. Wir müssen den Gutmensch wiederfinden. Ich bin live gerade. Mhm. Vivis Vlog ist noch dabei, am Start. Huhu. Na? Ich bin da eigentlich nie dran. Ah. Ich bin jetzt in der Fall eine Menge Feststände noch draußen. Ja, das ist auch schon bald, oder? Da sind wir auch auf jeden Fall am Start. Das ist der Gutmensch. Ah, Gutmensch, okay. Perfekt. Der Gutmensch will ich sehen. Ich bin hier ein bisschen den Gutmensch mit den feiden guten Pipsen. Ja, das war ja schon doch früher, ne? Ach, das ist immer für mich. Richtig geil. Da kam mal an und dann mal zu. Ja, aber ich bin hier immer live gegangen. Oh. Nur, dass Bescheid weiß. Ja, ja. Das ist jetzt ganz, ganz privat. Ich bin ja. Na, echt. Ja, wir haben jetzt die Scheiße. Mal noch mal jetzt die Messe, ne? Oder was holen, ne? Sonst schmeißt du vor uns raus. Ja, ja, ja. Man muss ganz weit nach hinten kriegen, dass wir ja alle drauf was haben. Die Messe ist vorbei, Leute. Die Messe ist leider vorbei. Ja, der letzte Messertag. Das war's. Mit Fotka. Ein Abschiedsdrink. Tasten wir mal. Und dann geht's essen. Manuel, Jan, guck mal kurz. Ja. Ja. Ist geil, ja? Das schmeckt mir im Nachgeschmack auch zu hanfig. Zu hanfig? Ja. Aber ich bin hier... Ja, aber der Eistee, das ist doch dasselbe Teil, äh, Eistee, was wir vorhin. Oh Gott. Nee, nee. Glaube ich, oder? Also, das schmeckt mir doller hanfiger als das Berry. Das riecht anders. Als das Berry, das, das fand ich geiler. Okay. Ja, schmeckt sehr hanfig, aber dann auch sehr. Ja, das war ja äh, mild, muss ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall okay. Na? Aber ja, der Eistee, der... Der Eistee war besser. Wer macht beim Foto, ich filme. Beim Foto machen. Der Beste. 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 Drei. Und ich bin ja dabei. honored. Geiiil. Robert. L radius. Jürgen. Gup. Jürgen... Jürgen! Oh, der Himmel ist so schön! Ach so! Du hast mit der Sohn, ich muss ja eigentlich sprechen. Wäre der bereit, oder wie? Ja, ich glaube jetzt. Ist aber ganz schön, oder so? Was? Wollen wir näher hin? Ja, ja, wir müssen näher kommen. Seht ihr hin? Ja, genau, ja. Von der Leine ist sie, weil es sich umkriegt. Vielleicht sind sie, oder? Ja, 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 ja. Und dann, da wird es so gut gemacht. Und dann, da werden wir viele Leute, die da waren, da werden wir viele Mal mit auf der Bühne sein. Und das ist so gut, die sich dann auf der Bühne befindet. Und, äh, die haben die Chiracin, die sich da auf der Bühne befindet. Ja, 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 die sind noch, die fängt mit Amateuren ab. Hä, muss das jetzt? Ich bitte euch, ich bitte euch, das habe ich mir hartes gewöhnt. Oh, dankeschön. Muffins? Jo. Versteht euch. Wollen wir jetzt nicht mal den anderen da zünden? Können wir gleich, ich bin nur Muffins. Oder willst du zünden? Du kannst, warte, ich geb ihn dir. Hä? Haben wir davon schon einen geraucht, oder was? Einen haben wir schon. Du hast noch einen eingesteckt. Das ist die von gestern. Ach nee, wo hab ich denn die anderen? Ach die sind, ach stimmt, die sind im Rucksack vorne in dem... Weißt du, wie sparsam wir sind? Wir haben noch den von gestern hier drin. Ist so. Okay. Ne, 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 ne. Das hat mir gestern irgendjemand geschenkt. Ich kann nicht sagen. Ach so. Aber am Eingang, wir standen gerade an der Map. Für die Muffins. Ja. Ja, jetzt wird erstmal eine dicke Wette und Lunte gesmashed. Probieren wir eine neue Can Life mit Alkohol. Ist auch noch nicht gut. Mit... 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 Mit Terzi? Nein. Nur Geschmack. Cannabisaroma. Aber ist okay, muss ich sagen. Wie ist denn jetzt die Kleidung überhaupt? Ist okay. Ich dachte wir... Wo ist denn der... Goydis. Du wolltest doch irgendwas am Internet machen. Ja, aber wollte bestellen und so. Ja, aber wie lang ist denn da die Lieferzeit? Weiß ich nicht. Nicht, dass wir dann zwei Stunden warten müssen. Ich hab nur gesehen, dass die liefern. Wenn nicht gehen wir... Wir können auch da hingehen und uns kurz da hinstellen und noch einen rauchen. Also von daher... Ja, müssen wir kurz gucken wo das ist. Ja. Ja. Da gibt's Smashblogger. Du hast Internet. Ja, Goldis Smashblogger ist der beste Smashblogger Berlin. Kann dir ein bisschen was aus der Hand nehmen. Das Problem ist halt dann, dass da vielleicht Wartezeit ist. Dann hast du... Dann kannst du gucken. Im Internet. Ich hab kein Netz. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich schau mal wo das ist. Okay. Da ist es ja hier in der Nähe. Du kriegst irgendwo Lichtsätze, oder? Goldis. Es gibt drei Goldis. Sehr gut. Das nächste ist von hier. Wir sind öffis. 18 Minuten entfernt. Wir müssen einfach in die M49 einsteigen und aussteigen wieder. Geil. Das ist doch ganz easy. Einsteigen. Aussteigen. Was ging bei dir? 18 Minuten fahren. Aussteigen. Da ist er wieder. Man sieht ihn aber auch ab und zu mal. Aber nicht immer. Ich guck dir das einfach mal vom Background. Aber ich checke wie das ganze Ding hier läuft. Na Leute. Ist Feierabend? Geht's hin? Ja. Film tun wir noch, aber Feierabend. Das war die Mary Jane für dieses Jahr. Das war sie. Nächstes Jahr bringt ihr alle noch mehr Flowers mit. Nein. Nicht vergessen. Und dann. Hafenlein zusammen. Auf schönsten 3-420-Folgen. Nicht vergessen. Hast du schon Kender probiert? Das neue mit Alkohol? Ne. Gibt's da? Ja. Safe. Ist der beste. Warst du da? Ist der beste. Oh, sag dieser ominöse Kusschinsgegen hier. Einmal habe ich Kottger. Genau, der Motger ist das. Aber zu Tester. Ja, aber gut. Kannst du mal an oder hoch? Drück nicht zu doll. Kannst du's? Okay. Ja, nachvoll. Gut, Mensch, hab ich euch auch getroffen. Das war eine so schöne Begegnung. Da kommt noch was, glaube ich. Lass ihn zusammen suchen. Du musst ihn von OCB wegholen. Warte mal, ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Kann er sein, dass es in eine andere Richtung ist? Moment, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Nee, wieder dieselbe Richtung. Also da hinten wieder. Genau. Lauf. Lauf? Auf. Achso, ich lass es loslaufen jetzt. Schrauben. 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 Ja. Schrauben. Ja. Schrauben. Ja. Ich bin gekürzt. Mal auf das Handy. Wir haben 16, 19. Eine Minute. Noch dann ist sie vor 20. Also Ober und auf der Haut. Hab das Tauscher angebaut. Denn du weißt. Ich chille heute mit der Wadda. Fahr ging vor. Alles was ich gerade raub. Die tun auf die Staub. Wenn du weißt. Ich schraub. Der Kult aus dieser Intro, diese Zufahrt, wir kein Prostratz, denn heutzutage werde ich dieses Game erobert. Ich bin Kasa Nova, geht nur in Europa, oder wo kein Mikrofon, denn ich bin einfach so krass. Ey, mache dir alles von aus, mein Korb, das Leben der Tropfen, so Paradox. Der drückt sein Pfad, kloppen, ja, dann warte ich noch. Klopp, klopp, glaub, sie hat schon wieder einen Partyjob. Leute fangen an zu zittern, so als wäre das Partyform. Komm, ich warte noch ne Stunde, dreh noch meine Runde. Auf dem Weg, da dreh ich mir ne ticke fette Lunte. Ich geb dir mein Instagram, plane einfach ein, das zu mich und einfach rede. Diese Story find ich geil, offiziell und das nicht Klaus. Ich bin der Junge mit dem fantastischen Klaus. Ich proba, hab es raus, alles soll ich geben, denn ich verteile für Leute heute meine Liebe. Das ist einfach schön, ein bisschen Gott auf Gunter, was wir zu grad haben, Candy, Hazy oder Standard. Nein, es überwollt mich einfach ganz so wie ein Vater. Ja, vielleicht bin ich so einfach ein bisschen interessanter. Wir hatten Gunter, die hatten vor 20 und auch gerade das Gütte. Doch hier in das Vierte hab ich so leider nicht begriffen. Können wir mir das kurz mal sagen, hier bin ich zu schade. Das ist leider alles in der Fall, gerne darüber fragen. Was war hier das Vierte, Mann, ich hab mich leider mal vergessen. Und sie freien mich weiterhin, noch keine geschriebenen Texte, die weiterhin zu besten. Ja, die sagen Postcode, Dicker, nein, ich bin besser als der Liede, Rockstar. Nein, und deswegen brauch ich jetzt kein Lade, denn du weißt, dass ich schon auch, dass ohne gerade interessant bin. Tag mich gerne aus, aber tag mich 24. Ja, du weißt so glatt genau, was ich schon eigentlich kann. Ich mache nur wieder mal los in der Zeit in den Gaffer, sie meinen, ich halte mich weiter. Und ich halte das alles schon wieder mal auf. Bruder, ich halbe nur gerade ein Lauf. Ich gebe nicht auf, ich mache die Applaus. Ich danke den Klickern, du wirst mich geil. Aber nur leute mal einfach, du wirst in die Pflicht, so in mein Mind. Danke schön, danke schön. Sehr geil. So, okay. Goldie Smash, Mann. Wie bitte? Finalen Mord. Ich bin überwältet, dass ich von dir schon herrlichen Freestyle-Close war. So, ich dachte, ich war eine Messe, aber ja. Ach so, geil. Fahr mal gewesen. Check die Vlogs aus auf Schinsky for 20. Schinsky, Mann. Mann, so rein, viel Spaß, schönen Abend. Danke dir. Komm gut nach Hause. Ciao. Ciao, ciao. Wir gehen eigentlich alle zusammen hier zum Sonntag, wenn wir den Drehstuhl gemacht. Und danach, Goldie Smash, Wörter, endlich mal Tryin. Haben wir zu laut ausgesprochen, glaube ich, dass wir zu Goldies gehen. Wir haben einmal über eine Million Leute und haben eine Wahrezahl per Zehnfahrt. Geil. Weißt du nicht, hier? Ja, ich glaube es morgen. Ja, ich lasse. Er ist noch hoch. Ach. Ja. Die wollen ja doch nicht, oder was? Ich weiß es nicht. Aber cool. Was braucht man dann? Was er Sonntag laufen hat. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Goldies. Ja, Goldies Smash-Bugermann. Shit. Im Kuhfürstendamm. Auf dem Sonntag. Sonntag. Hört's noch nicht so viel los. Goldies, wir sind da. So, einmal kurz der Überblick, Leute. Aber man gönnt sich. Das muss man probiert haben, ne? Auf jeden Fall. Definitiv. So, das ist das gute Menü. Ich bin gespannt. Ist das wirklich Veggie? Hat er gesagt? So. Wen habe ich überbrochen? Ich bin gespannt, ey. Das Käse ist nicht gut, ey. Für die Arme Käsesauce, ne? Die Schellaschieß. Guck mal. Das ist so die Standard-Retube. Guck geil. Ja, okay. Aber es ist nicht das, was ich jetzt erwartet habe. Ich habe mehr so Richtung Birkin erwartet. Die Schellaschieß. So ähnlich habe ich es erwartet. Ja, okay. Das ist aber gut. Ich habe jetzt gedacht, man kann es ja wirklich auf den Trink-Sellaschall. Also, nee. Nee, so nicht. Nee, so nicht. Und sehr cremig, ne? Aber... So gut. Mhm. Okay. Ich hoffe, dass das kommt. Das ist mal ein Smashburger, oder? Boah, und Käsesauce halt, ne? Alter. Geil. Ziemlich geil. Dolle, dolle, dolle geil. Wie gesagt, das ist der geilste Veggieburger ever. Alter, ehrlich. Der ist echt unheimlich geil. Na, machen wir mal. Aber echt, alter. Ich will da mal nicht sagen. Ja, geht. Echt dolle geil. Ja, heftig. Das freut mich sehr. Noch ein Hotel. Ja, danke für so. Locker 100 Euro. Musstige Box hier in Berlin. Habt ihr gehört? Für die Berliner. 100 Euro Musstige Box. Verstecken wir hier und heute noch. Der Bevis-Glock ist natürlich auch am Start. Jörg. Schau mal, wie viele Flaschis wir haben. Eins, zwei, drei. Da werden sich einigen Menschen freuen. Ich habe ein bisschen wunderbar. Ach, ich habe das ja hinten noch auf dem Tag. Ach, dein Buddy. Wenn ihr gerade sehen willst, was hinten auf dem Handy ist, weißt du, was zu tun ist. Das ist Bivis-Glock unten verlinkt. So, jetzt erst mal Edeka Pfand abgegeben. Und dann treffen wir uns am Alex Café, da wo wir uns gestern auch getroffen haben, mit Bootmatch. Weil wir fahren zusammen nach Hause heute. Mal gucken, was wir machen. Donuts. Ah ja, da haben wir diesen leckeren Donuts. Und irgendwas. Und dann nehmen wir den leckeren Donuts mit. Das heißt, es wird noch mehr. Yay. Okay, dann lass uns mal, bevor wir überfüllt werden. Unser Aschenbecher. Liebens auch Pfand, ne? Juh. Ja, dass der Freund da dann auch so dabei ist, wusste ich gar nicht, oder? Das ist, naja. War snacking. Ein bisschen angekündigt, aber ich muss sagen, ich dachte eigentlich immer, ich bringe ihn so ein bisschen dazu. Weißt du, was ich meine? Dass die so Feuer und Flamme ist von früher. Hier passieren Sachen, so. Das ist viel zu ausfällig für euch. Soll ich mich da vorstellen, dass meine Eigenschaft wird ein Schrank? Du Schrank. Du kannst 30 Zentimeter auf dem Gastrafen. Aber das darfst du nicht dabei essen. Wie machen wir denn jetzt hier? Ich hoffe, dass mich jetzt niemand hier beobachtet und was dann wegklaut. Wir sind nämlich hier. Der Olaf, da freut mich recht hoch. Okay, hoppa. Geil, Mann. Okay. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann.